Der König der Herakliden, Hyperion, hat den Menschen den Krieg erklärt. Ich werde die Herrschaft der Götter beenden. Wenn es einen Menschen gibt, der sie gegen Hyperion führen kann, dann ist es Theseus. Er fürchtet keine Gefahr. Er fürchtet nur, seine Freiheit nicht verteidigen zu können. Die Götter gaben mir nur Visionen. Ich kann die Zukunft nicht ändern. Aber du... Schließt die Tore und bereitet euch auf den Krieg vor. Entfesselt die Titanen. Hyperion! Wo ist euer König? Kämpfen wir für die Ehre! Kämpft für eure Zukunft! Kämpft für eure Kinder! Kämpft... Für uns Sterblichkeit! Ich glaube an dich. Beweis. Es. Mir.